So Leute, willkommen zurück zu Pokémon hat Gold Nasalock Challenge. Oh yeah, alles klar Erika? Ööö, Erika weiß nicht, woher das zuerst blicken soll. Das ist sehr schön. In der letzten Episode sind wir, ja, wieder ein bisschen herumgeirrt. War das mit den Alphurien schon? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe trainiert. Ein ganz kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen ist gut. Ich habe, oh Gott, das hat so ewig gedauert. Ja, es gibt diesmal kein Trainingsvideo dazu, weil ganz im Ernst, ich wollte mich zurücklehnen, hab mich deswegen schön auf die Tausch gepfletzt. Und dann, ja, ungefähr, wie lange hat es gedauert? Ich will es gar nicht wissen. Sehr, sehr, sehr lange auf jeden Fall. Okay. Länger als die letzte Trainingsvideo. Die hat fast 6 Stunden gedauert. Jedenfalls, ich habe auf Level 72 trainiert. Ich bin noch immer noch nicht fertig für Red. Aber ich will ja auch noch gar nichts zu Red. Ich habe Les bereits ein bisschen trainiert. Diese Level 48, also das ist unser Landturm jetzt. Und ich würde sagen, jetzt machen wir doch mal weiter damit. Wo wollen wir hin, ist jetzt die Frage der Fragen. Ähm, zum Kesselberg. Ich glaube, ich gehe mal zum Kesselberg. Ich will jetzt nur wissen, wo der war. Kesselberg? 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 Wo ist der Kessel? Ach, ich bin gerade in Kanto. Schon gut. Da finde ich den Kesselberg selbstverständlich nicht. Oh ja. Übrigens, ich habe eine kleine Sache. Und zwar, ich würde gerne, wirklich, wirklich gerne die Alphruinen komplett erforschen. Das Problem ist wirklich, also ich weiß, komplett erforschen. Es sind ja nur noch zwei Gänge. Einmal das mit Wasser, wo ich jetzt auch weiß, wie es geht. Und das mit Ho-Oh. Das heißt also, ich werde mir Ho-Oh mal fangen. Allerdings werde ich es nicht benutzen. In keiner Weise. Ich möchte natürlich nur die Alphruinen fertig erkunden. Und dafür brauche ich nochmal Ho-Oh. Ist ein bisschen blöd, aber was soll's. Ist ja nicht allzu schlimm. Und das werde ich quasi als Trophäe fangen. Dafür werde ich einfach den Meisterball schmeißen und fertig ist. Dann können wir auch die Alphruinen fertig erkunden. Ich denke mal nicht, dass da irgendjemand etwas gegen hat. Ich habe mir extra von meiner Platin-Edition das Glücksei rübergetauscht, übrigens. Und selbst damit hat es noch ewig gedauert, das Training. Und der schlimmste Teil kommt ja erst noch. Bin ich hier richtig? Ja, warum gucke ich hier, wo ich richtig bin? Ich kann nur einfach reingehen. Halt, 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 halt. Bevor ich reingehe, erstmal möchte ich mir ein Meryl. Nein, nicht ein Meryl fangen, aber ich möchte mir ein paar Superschütze fangen. War das überhaupt der Kesselberg? Superschütze. Oh ja, Kesselberg, alles klar. So, denn da haben wir ja... Moment, oder? Habe ich jetzt gerade eine falsche Erinnerung? Ja, ich habe eine falsche Erinnerung. Und wie hatte ich gerade im Kopf, dass ich nur noch sieben Stück davon habe? Wow, so viele Tage sind auch wenig. Ja, mein Gedächtnis, Leute, mein Gedächtnis. Zack. Kesselberg. So, wollen wir einmal den Schutz aktivieren. Und zwar so. Yeah, Gold setzt den Superschutz ein. Weil hier konnten wir noch einige Gebiete erkunden. Ihr erinnert euch eventuell dran. Ja, zum Beispiel da mit dem Wasserfall, da konnten wir noch nicht hoch. Und da gab es Kraxlergebiete ohne Ende. Und die möchte ich natürlich auch noch irgendwie erforschen. Ja, es ist nur die Frage, wo... Oh Gott, das stimmt ja. Der Kesselberg war zum Beispiel gar kein Stück verwirrend. Nur ungefähr total. Ja, ja, aber... Huch. Wenn Sie meine an, da bin ich noch gar nicht gewesen. Da bin ich ja nicht gewesen. Bin lieber gefunden. Kann ich hier surfen? Nee, ne, ist zu hoch. Ja, das sieht man doch. Das sieht man doch auf den ersten Blick, dass das zu hoch ist. Meine Güte. Okay. Ich möchte doch nur kraxeln dürfen. Ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, dass ich hier... Ah, ich merke gerade, ich sollte gleich nochmal rausgehen und muss Kaskade wieder mitnehmen, weil die brauche ich ja dafür. Na gut, dann gehe ich erst nochmal diesen Gang hier entlang. Und hoffe, dass ich nicht genau jetzt da ankomme. Ach ja, und wieder brauche ich irgendwelche VMs. Naja, gut, aber ich denke mal nicht, dass allzu harte Kämpfe hier auf uns warten werden im Kesselberg. Also ein paar vielleicht doch, je nachdem, wo die Trainer sind. Also an Orten, die wir nur mit Kraxel erreichen können. Falls da noch Trainer sind, weiß ich ja nicht. Könnte hier auch sein, dass die nicht so ist. So, ich scheine aber gerade gekonnt, genau die Wege entlang zu gehen, die wir nicht abkraxeln können. Weil es da keine Kraxlerwege gibt. Da oben ist einer. Okay, da können wir hin. Das ist schön. Der Schutz wirkt nicht mehr, das ist weniger schön. Danke dir. Thank you very much. Aha, sieh mal an. Die Wand ist voll felsig. Ich möchte es für Kraxler einsetzen, auf jeden Fall. Und runter mit dir. So, wir können es da noch mitnehmen. Es ist ein... Ein Larmrauch. Was auch immer das jetzt wieder bedeutet. Ich habe keinerlei Ahnung. So... Was sieht man aus einem versteckten... Ah, wollte ich gerade sagen. Das sieht wieder aus, als wäre irgendein verstecktes Item. Jaja, ich kann das mittlerweile riechen. Na gut, das kann jeder riechen, der schon mal Pokémon gespielt hat, denke ich mal. Aber trotzdem. Ich möchte das hier nicht unter irgendeinem Teppich kehren. Huch, komm ich denn jetzt raus. Hm... Schon wieder ein anderer Gang. Wo zum Henker? Aha. Aha. Okay, stimmt. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Jo, setzt den Kraxlein. Kraxle, Kraxle, Kraxle. Schon, was finden wir hier? Ne, Dubio. Oh, oh. Ihr könnt uns rein theoretisch ein Porygon kaufen und es dann zu Porygon 2 und sogar zu Porygon Z entwickeln. Aber... Da ich nicht denke, dass sich unser Team noch verändern möchte, auch das passiert eine Katastrophe, was ich nie hoffe, dann sollte ich das nicht wirklich benötigen. Kesselberg. Jai. Gott, ich bin... Hm, ich weiß nicht. Ich habe... Ich weiß nicht, warum. Ich habe vor Red nicht so Angst, muss ich sagen. Ich meine, seine Pokémon sind echt hohes Level, aber ich habe das Gefühl, ich kann ihnen wirklich gut entgegentreten mit den Pokémon und den Attacken, die ich habe. Aber naja, ich werde sowieso dann natürlich entsprechend doch aufrüsten müssen. Vielleicht kann ich ja die ein oder andere nutzlose VM rausschmeißen. Ich hoffe es ja ein bisschen. Und irgendjemand hat mich gerade angerufen und ich habe es nicht genau gesehen. I have no idea. Okay, ich bringe mir jetzt erstmal ein Pokémon mit, welches über Kaskade verfügt. Denn da können wir ja noch einen Wasserfall hoch, falls wir überhaupt zu Wasser verlegen können und der nicht nur findet ist. Aber ich meine, wir sind da schon mal vorher rumgeschwommen und da konnten wir definitiv irgendwie hin. So, ich werde mir wieder mal, wie gesagt, jetzt das ist nur provisorisch, das heißt, muss ich nicht extra den Hintergrund für editieren. Oh Lord, Gott, schau dir den PC ein. Ja, ich möchte was tun und zwar ein Pokémon bewegen. Ähm, da ist Less. Übrigens, nur mal so nebenbei. Level 48 mit dem wunderbaren Glücksei. Wo ist eine Sorge Goldili da? Harley! Ja, nehme ich mal Cedi für. Tack! Cedi hat ja, wie bereits gesagt, keine V-Eimer-Tacken. Das heißt, sie ist tatsächlich leider so immer die erste Kandidatin, die in Frage kommt, kurzzeitig auf die Box gelegt zu werden für solche Aktionen. Ich hoffe allerdings mal, dass wir in der Zuri-Höhle nichts dergleichen brauchen. Und das heißt also, das müssen wir nicht mehr allzu oft machen. Also unser aktives Teammitglied quasi ablegen. Für sowas! Ne, 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 das geht doch gar nicht. Kesselberg! Danke dir. Ja, so, jetzt ist die Frage. Wo gibt es noch mehr zu kraxeln? Ich meine, wie gesagt, in Erinnerung zu haben, dass es hier jede Menge Kraxlerwege gab. Ja, gut, das ist oben vom Wasserfall. Oben vom Wasserfall, ja. Und da können wir gar nicht hin. So. Schutz wirklich mehr. Ich möchte aber, dass er noch wirkt. Vor allem hier soll irgendwo ein Typ rumhängen. Der Dojo-Meister quasi. Und den würde ich eigentlich ganz gerne mal finden. So, irgendwie, wenn es genehm ist. Möchtest du Stärke einsetzen? Erika setzt Stärke ein. Yeah, möglichst Felden zu bewegen. Oh, wie cool. Guck mal da, ich habe Felsen bewegt. Ich bin so Orvisen. Da kann ich nicht hin. Da kann ich runter, ne? Genau. Der Schutz wirkt nicht mehr. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ich muss erstmal gucken, was da oben noch ist. So, was haben wir hier noch? Gar nichts. Oh, das ist ja... Das ist ja sogar gar nicht mal so wenig eigentlich, ne? So gar nichts ist schon nicht schlecht. So, wo komme ich jetzt hin? Bestimmt da zu dem einen Item. Ja, sieht sogar... Oder sieht es so doch aus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe. Ich kraxle mich durch die ganze Höhle. Dü, 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 dü. So, aha, tatsächlich. Schau mal eine an. Kraxler, yeah. Ich glaube auch so langsam, mich zurechtzufinden. Dimm, 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 dimm. Ein Schützer. Oh, dann könnten wir ja einen Rizoros zu einem Rihornio entwickeln. Ja, wir haben allerdings keinen Rizoros. Wir haben nicht mal einen Rihorn. Also, und ich habe immer noch nicht vor, irgendjemand aus unserem Team auszutauschen. Insofern, ja, ist schon nicht schlecht, möchte ich mal sagen, ne? Ist definitiv nicht schlecht. Rapi, da, bi, dam. Okay, nach unten müsste es gehen. Hoffe ich, keine Ahnung. Da war ja noch der eine Gang zum Kraxeln. Wir sind nur halt nach draußen gegangen. Wo ist der Dojo-Meister? Und wie zum Henker komme ich zum Gebiet? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, ihr wisst nicht, was ich meine, weil ich in Rätseln rede. Wie komme ich zu, 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 zum, ne? Was wollte ich denn sagen? Keine Ahnung, zum Dojo-Meister. Wahrscheinlich habe ich es schon gesagt. Und ich habe einfach gerade wieder an zu viele Sachen gleichzeitig gedacht. Und auf einmal ist nur noch ein wildes Wirrwarr in meinem Kopf entstanden. Superschutz. Oh, ja. So. Immer noch nicht da runter. Hm, ich möchte doch irgendwie, muss ich doch ins Wasser können. Ich muss doch irgendwie ins Wasser können. Na, hier bin ich ja schon gewesen. Das ist ja witzlos. Hm? Kein Kraxler-Ort mehr? Kein einziger? Nee. Jetzt finde ich... Es ist wieder so wahnbar, typisch. Jetzt könnte ich da hin. Jetzt finde ich den Weg aber nicht mehr. Ich glaube, ich gehe mal in einen anderen Eingang hier rein einfach. Na Gott, wenn ich jetzt Fluchtseile... Wieso zum Teufel habe ich keine Fluchtseile gekauft? Oder sehe ich sie jetzt gerade wieder nur nicht? Nope. Ich habe keine Fluchtseile gekauft. Herrlich. Mensch, ich bin ja richtig gut vorbereitet, wenn ich in so eine Höhle gehe und irgendwie hier einen auf Expediteur mache. Expediteur. So, und nach draußen. Komme ich überhaupt nach draußen? Schutz wirkt übrigens nicht mehr. Ich möchte, dass... Uppala. Aber... Und deswegen aktive ich ihn jetzt auch nochmal neu. Ja, unser Schutz wirkt tatsächlich ein wenig... Etwas mager. Gut, ich bin hier jetzt überall rumgeeiert. Und hier rechts müsste ja noch ein anderer Eingang sein. Oder auch nicht? What? Oh, komm schon. Jetzt übersehe ich irgendeinen Weg. Ich kriege doch hier echt Anfälle. So, da. In der Mitte war noch einer. Das weiß ich. Es müssten drei Eingänge sein. Hier. Bitte sag mir, dass ich hier irgendwo hinkomme. Aha. Genau, da wollte ich doch hin. Sehr schön. Also gucke ich erst nochmal hier, ob es Kraxlerwege noch gibt. Bevor ich den Wasserfall hochfahre, weil ich denke mal ganz stark, dass das quasi so der finale Weg ist. Also der richtige, wie auch immer. Hier ist nichts. Ja, wir haben den Kesselberg auch bald komplett erforscht. Das ist natürlich äußerst praktisch. Sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Sehr angenehm. So, hier noch irgendwas? Nope. Kommen wir gerade so bekannt vor. Irgendwie im Einheitstunnel sah es so ähnlich aus. Ihr erinnert euch an einer Stelle. Danke. So, weiter geht's. Oh Mann. Ah, jetzt bin ich nur im Kreis gefahren. Oder? Äh, ja. Ich glaube schon. I think so. Oder? Warte mal. Ich wusste, konnte ich gerade eben auch einfach... Ah, so, deswegen konnte ich nicht da hin. Okay, dann gehe ich jetzt einfach noch links. Dann habe ich noch oben die Wege offen. Meine Güte. Der Kesselberg. Zu viele Geheimnisse. Oh, zu viele Wege vor allem. Mir fand ich schon verwirrend, als ich damals hier war. Erinnert ihr euch noch dran? Es ist fast so, als wäre es gestern gewesen. Ja, ja, ja. Ja, gut. Das hat mir überhaupt nichts genutzt jetzt. Das hat mir so ziemlich gar nichts genutzt. Zu 0,0 Prozent. Nicht schön. So, dass Erika einfach die ganze Mal raushüpft wieder. Das wäre mir viel zu blöd. Immer wieder in den Pokéball. Wieder rein. Pokéball. Wieder rein. Und so weiter. Also raus, rein. Und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und so weiter. Habe ich schon und so weiter gesagt. Und so weiter. Aha, kommen wir da oben. Aber da komme ich nur zurück. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Aber ich möchte das. So, hier bin ich gerade auch schon gewesen. Richtig, richtig. Okay. So, dann kann ich jetzt den Wasserfall erklimmen. Jesse, den Surfer. Zum Gruße oder zum Fuße oder was weiß ich denn. Auf jeden Fall den Surfer. Nein. Wow, wow. Da bin ich doch beinahe an Land gegangen. Obwohl ich es gar nicht wollte. Das wäre ja... Das wäre schon ganz schön knifflig geworden. Mhm. Ich habe doch aber... Da habe ich gar keinen Bock auf Kniffel. So. Oder Yazzi. Wie ist... Ist das der englische Name einfach? Oder der amerikanische? Ich glaube schon. Aber Kniffel ist der Begriff, den wir alle gelernt haben. Nicht wahr, liebe Kinder. Falls ihr überhaupt wisst, was Kniffel ist. Und falls nicht, dann solltet ihr jetzt ganz, ganz schnell mal Google aufschlagen und nach Kniffel suchen. Dann wäre ich nämlich schwerst schockiert, wenn das jemand nicht kennt. So. Da ist nichts mehr. Nur noch der Gang da oben. Schön. So lobe ich mir das. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ach, meine Güte. Dass ich mich aber auch immer wiederholen muss, nicht wahr? Äh, okay. Na gut. So, Kesselberg. Ganz, ganz neue Gebiete jetzt quasi, die sich hier auftun. Oh, da ist sogar... Ja, tatsächlich. Guck mal, sogar neue Trainer. Man glaubt's ja kaum. Jo, Urban. Wie hast du mich gerade genannt? Urban? Ja, ich hab keine Ahnung, wovon das spricht. Bin ja gespannt, auf welchem Level erinnert. Jetzt, ich sag so 30. Nein, 30. Oh, wow. Der ist ja sogar... Der hat ja richtig auf dem Kasten hier. Aber, naja. Erika findet das eher uninteressant. Deswegen gleich mal ein Erdbeben. Tschüss, Simon. War wirklich freundlich, dich mal kennengelernt zu haben. Das war wirklich freundlich, dass du dich vorgestellt hast. So meinte ich das natürlich. Tschüss, Simon. Wohl, der besiegt. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Und mein Handy klingelt. Das ist ganz und gar nicht praktisch, weil ich da gerade nicht dran gehen kann. Oh, yeah. Deswegen lass ich einfach klingeln. So, das Wasser ist tiefblau, möchte ich das Surfer ersetzen. Aber sowas von. Surf, Jesse. Guck mal, jetzt liegen hier wieder etliche Items rum. Ein Sonderbonbon sogar. Sehr schön. Das kann ich gebrauchen, weil jedes Sonderbonbon, was ich irgendwie verteilen kann, um mir unnötiges überleveln ersparen zu können, werde ich natürlich wahrnehmen. Dr. EV ist ja sowieso mittlerweile schon alle verteilt. Also randommäßig natürlich. Also macht das da gar keinen Unterschied mehr, ob ich nun Sonderbonbons nehme oder level. Du-du-du-du-dum. Lässt ich jetzt den Zerfein. Juhu. Du-du-du-du-du-du-du. Jetzt klingelt mein anderes Telefon noch, aber auch da werde ich ebenfalls nicht dran gehen, denn wie bereits erwähnt bin ich gerade in einer Aufnahme und irgendwie ist es dann nicht so günstig einfach zu telefonieren. Deswegen überquatsche ich quasi das Klingeln des Telefons einfach. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das trotzdem hört. Wenn ich einfach weiterrede, dann bestimmt nicht. liegt natürlich jetzt auch daran, wie hartnäckig der Anrufer ist. Da war schon wieder aufgehört. So, die Folge ist ja noch vier Minuten an, dann kann ich ja immer noch zurückrufen. So, Supershorts. Wo komme ich hier hin? Wo gehe ich hin und wie viel Zeit werde ich noch haben? So. Da oben sieht es aus, als würde es da... Ah, da geht es noch unter. Okay. So, wo ist hier... Irgendwo hier muss der Dojo-Typ sein. Da komme ich nur zu... Oder komme ich da nur zurück? Weiß ich gar nicht. Müsste ich aber, ne? Wo da war der? Dann schwimme ich jetzt erstmal. Schwimme ich. Gehe ich jetzt erstmal nach oben. Surfer! Yay! Eine VL, die wir noch gar nicht gesehen haben, jetzt hier gerade. Nach aktuellem Standard. Ähm... Ja, super. Jetzt ist die Frage, wie komme ich ans Item? So scheinbar nicht. So. Oh yeah. Ja. Und es ist ein... Aeroas. Oh! Hübsch, hübsch, hübsch. Ich glaube nicht, dass ich es brauchen werde, aber es ist trotzdem hübsches dabei zu haben. Doch, vielleicht, äh... Könnte ich mir gegen das Visafloor helfen. Gut, ich habe Psycho-Attacken, aber das ist Jesse. Und Jesse habe ich jetzt nicht vor, gegen Visafloor einzusetzen von Red. Insofern... Na, überlegen wir uns das doch mal. Guck mal, schon nur noch 13 Schutz. Wir sind mit 27. Wir hatten 27, als der Part anfing. Ja gut, ich bin jetzt auch die ganze Zeit hier und Eier in der Höhle rum. Ähm... Ich weiß ja nie. Oh Gott, das ist ganz schön... Ganz schön... Ich bin froh, wenn der Kesselberg abgeschlossen ist, weil... Der ist doch ein klein wenig verwirrend für mich persönlich jetzt so. Auf jeden Fall liegt hier jede Menge Zeug rum. Ein Fluchtseil! Ja Mensch, danke. Erinnert mich daran, dass ich mir noch Fluchtseile kaufen wollte dann demnächst. So, da unten komme ich wahrscheinlich auch wieder nur nach... äh... Zurück, wie auch immer. Und hier können wir uns wieder veransetzen. Wo ist jetzt diese verdammte Dojo-Meister? Da war doch hier irgendwo am Kesselberg oder... Bin ich jetzt total... Durchgeknallt. Da liegt noch ein Item. Guck mal. Aha, da geht's ja noch unten. Sehr schön. Aber... Ich möchte noch das Item haben. Und das werde ich auch einsammeln. Kostet es, was es wolle. Ach, das benutzt aber alles aber sowieso. Drachen... Oh... Da konnten wir ja ein C-Draking haben. Aber wir haben ja keine Chance, bei C-Draking so viele tolle Entwicklungs-Items, die wir hier kriegen könnten. Aber... Im Endeffekt nutzt uns das alles nichts mehr. Dam-dam-dam-dam-dam-dam. Gold verstaut das Elixier auf epische Art und Weise. Jesse Surfer. Äh, Gen. Jaja. Und einmal nach da oben, bitte. Und nach unten. Und schön. Ist er der Dojo-Meister jetzt? Dann weiß ich nämlich... Oh Gott. Noch mehr Zeug. Kesselberg. Why? Warum tust du mir das an? Warum nur? Oh Gott. Guckt euch das mal an. Das ist ja... Verwirrung Deluxe. Ich bin jetzt nicht so der Fan von solchen Orten, muss ich sagen. Ich bin da mal relativ froh, wenn ich das dann quasi geschafft habe. Und sagen kann, Tschööö! Auf nimmer Wiedersehen, Kasselberg. Okay, da haben wir aber auf jeden Fall nur einen Weg offen. Und das ist diese eine. Viele Items hier rumliegen, das ist ja incroyable. Man glaubt es kaum. Da liegt auf jeden Fall... Okay, hier geht es nur weiter nach unten, Fragezeichen. Ich hoffe, hier ist nur ein Eingang, der nach unten führt. Dann kann ich mich nämlich in aller Seelenruhe hier auf dieser Ebene umgucken. Ja, sieht ganz so aus. Guck mal, was wir verkaufen können, weil wir es nicht brauchen werden, weil für uns gibt es keine Beleber. Alles oder nichts. Gut, wenn ich hier nach rechts gehe, müsste ich unten an das Item kommen und dann war es das hoffentlich auch auf dieser Ebene schon. Nein, denn ich kann natürlich auch da einfach runterspringen. Frage ist, wo komme ich dann raus? Ich sehe es wahrscheinlich nur irgendwie ganz am Anfang. Das heißt, das werde ich mir mal werde ich mir mal schön in die Haare schmieren, jetzt einfach da runter zu springen. Denn erstmal gehen wir den Gang hier ab. Oh Gott, ich muss definitiv meine Karte öffnen später, um zu kontrollieren, ob ich wirklich überall gewesen bin. Jetzt nur noch elf. Ne, zehn nur noch. Wow. Ich glaube, ich werde nochmal Topschutz kaufen. Ich meine, Geld habe ich genug und da spare ich mir ein paar Menü-Gänge mit. Menü-Gänge, wie das klingt. Also ein paar Klicks ins Menü. Guck mal, das da unten sieht aus wie der Dojo-Meister. Aha, wollte ich gerade sagen, das sieht schon wieder so verdächtig nach einem Item aus. Ah, da komme ich hier wieder raus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, da ist der Dojo-Meister. Frage ist, jetzt will der kämpfen. Ich habe keine Ahnung. Ich fordere ihn noch heraus. Hey da, ich bin der Karate-Meister. Ich trainiere ganz alleine in dieser düsteren Hülle. So bin ich eben. In Ordnung. Herrgehört. Ich will, dass du gegen mich kämpfst. Haack! Okay, Dojo-Meister oder Karate-King oder wie auch immer ich dich nennen soll. Du bist ein ganz normaler Karate-Typ. Einfach ein Schwarz-Gut-Lei. Mit Küggle! Äh, 4... Oh, wow. 34. Von dem kriege ich Rabauts, stimmt's? Aber ich kann das leider nicht annehmen, weil mein Team voll ist. Also, hä. Ja, werden wir mal sehen. Außer er wird es auf meinem PC übertragen. Aber ich befürchte schon fast, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ist eh nicht schlimm, weil ich habe ja auch eine Vor... Auch Rabauts werde ich nicht benutzen. Küggle wurde geschlagen. Bling! Und Noctein wird dann nochmal eingesetzt. Schön, guck mal hier. Die ganze Palette. Oh, wie er schlägt. Wie der Blitz! Vakuumwelle. Oh, sogar eine Spezialattacke. Das heißt, das kriege ich sogar einen ganzen sieben Schaden von. Meine Güte, du bist ungefähr... Ja, noch nicht mal. Verdoppel mal dein Level und dann leg noch ein paar drauf. Dann kannst du eventuell mithalten. Nee, nee, nee. Critical Hit. Bom. Besiegt, Erfahrungspunkte und was kriege ich dafür? Ja, ich wurde besiegt. Rabauts, stimmt's? Meine ich jedenfalls. Das ist doch nicht möglich. Wie lange soll ich denn noch trainieren? Ich sage es nur ungern, aber ich habe verloren. Ich gebe mich geschlagen. Hörgerde. Als Beweis für deinen Sieg will ich dir diesen kostbaren Kampfpokom erreichen. Du hast zu viele Pokémon dabei. Mama, was willst du? Nur ein Item wieder von mir. Ja, ja, wir haben zu viele Pokémon dabei. Aber auf jeden Fall, dann habe ich jetzt hier alles gemacht. Und kann mich jetzt mit dem Fluchtseil... ...von hier verabschieden. Fluchtseil bitte! Da haben wir den ganzen Part quasi den Kesselberg abgeschlossen. Schön. WUSCH! Dead Animation. Ich denke, ich werde im nächsten Part dann mal Ho-Oh fangen. Als Trophäe, wie gesagt. Damit ich die Alphruinen beenden kann. Ich werde es nicht einsetzen und so weiter. Keine Sorge. Ich muss nur... Also, weißt du, mich würde es stören, wenn ich die Alphruinen jetzt deswegen nicht komplett machen könnte. So. Und außerdem haben es schon einige von euch auch vorgeschlagen, dass ich das so machen kann. Aber Leute, ich würde sagen, das war erstmal Pokémon Heart Gold Nasalock Challenge für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.